Jetzt sind wir plötzlich stehen gewesen. Da, unter der Decke! Hier ist schon was anderes. Das muss der Buru sein. Schnell! Da, es blinkt schon rot. Wir nehmen schnell den Tisch ab und... Ach, das war der Buru! Rambu ist mächtig böse! Rambu! Rambu, nein! Aber dafür bleiben sie auch nicht im Staubsauger-Hacken. Das ist doch kein Ansatz. Rambu! Hahahaha! Er ist in Ruhe gefangen, ich habe dieses Füßlinge untersucht. Es scheint Licht nicht gerade zu mögen, so viel ist sicher. Sie setzen alles daran, sich in- bzw. untereinrichtungsgericht zu verstecken, wenn sie in einem Raum feststecken. Folgen richtig, Mistmann! Ja, nur alle Lichte in der Villa, ein Abus, ein Abus! So, was hast du davon Kleider? Ficken! Oh, was? Alter, das kam ausm Fernseher! Ja, genau! Reden wir so munieren. Du hast einen, jetzt brauchst du nur noch 49! Ja! So, jetzt gucken wir. Ah, hier ist also auch etwas. Wir gehen hier hin. Mein Gott, mein Gott. Oh mein Gott, mein Gott! Meine Gott, meine Gott! Ja, Lampen und so! Ja, oder ist auch nichts? Oh, jetzt ist ja woanders... Ach so! Ach so! Siehste? Er hat nämlich... Er hat nämlich... ...gemacht. Oh, verarsch. Jetzt ist er gerade runtergefallen. Wen haben wir da? Buchschnüffel, sorry. Kein Name mehr. Er stellt sich nicht vor. Das ist sehr unmöglich. Dafür sauge ich dich ein. Buchschnüffel? Ich erkenne den Sinn nicht. Wenn sie es wüssten, schreiben Sie in die Kommentare. Ich dachte, ich muss das sagen. Nein, ich dachte, du bist dumm. Ja, sie ist bestimmt auch nicht. Oh, doch. Ah, danke. Mario, ach, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich rufe mal kurz, mal gucken, ob Mario sich hier versteckt. Oh, das ist das Beste im Spiel. Ja, ich habe es noch keinmal gemacht. Klopfen wir noch gegen die Wand oder so. Die Einspiegel geht auch. Mario. Er befindet sich anscheinend hier im Strang. Ja, aua. Voll gemeint. Game Boo Advance. Ja, das sind alles... Sehr witzige Wortspiele. Sehr witzige Wortspiele. Hör mal auf, mich nachzulabern. Hör mal auf, mich... ...LUIG! So. Das geht ja alles sehr flugs. Noch. Um das Wort flugs zu benutzen. Mr. Poops. Ja, hier ist nicht. Das ist Balkone. Jetzt gehen wir noch dahin. Da draußen war aber geile Musik. Ja. Das wird auch noch schön da draußen. Gruselig. Ganz gruselig. Ganz gruselig, aber nicht schön. Nicht was? Nicht schön. Ich kann ja auch schön sein. Warum guckt man sonst Horrorfilme? Weil man dumm ist. Voll Bock hat sich zu erschrecken. So. Dann gucken wir mal, wo hier der Gubo ist. Ich schätze im Bücherregal. Okay, mal kurz. Bücherregal, Bücherregal. Ich hab keine Bücherregal. Yay! Langweilig. Haha. Hä? Ähm, okay, ähm. Was? Entschuldigung, ich hatte gerade so eine gute Idee, dass ich selbst von mir überrascht bin. Aber ich werde sie noch nicht beteiligen. Das ist noch unoffiziell. Das ist Gones nach der Sendung verraten. Er war nochmal da drin, oder was? Tabu. Mein Name ist für dich Tabu. Ah, Gott. Sind wir wieder... Oh, jetzt haben wir ein besonderes Phänomen. Hä? Ach, da bin ich noch ein... Ein, äh... Bruce kann durch die Wand entfleuchen. Jetzt ist er mir entfleucht. Ja, rein! Das ist echt ärgerlich. Früher hätte ich jetzt direkt Dungler durchgedreht. Aber ich habe eine Aggression. Nein, wenn er in einen Raum... Ein... Würde er in einen Raum fliegen, wo man noch nicht gehen kann, dann wäre es scheiße. Nee, das geht das denn nicht. Irgendwie kommen die dann da wieder raus. Also unter No. Ja, aber da musst du erst mal warten und den nächsten machen. So, ich weiß es nicht mehr, welche... Ach, komm schon, Carlotta. Ach, da komm ich noch nicht rein, dann komm ich später. Äh, da weiß ich gar nicht, was da jetzt kommt. So, jetzt hätten wir auch erst diesen Diamanten holen können, das wäre ganz schlimm für uns. Ach genau, und immer in den Räumen in den Gegnern gibt es auch immer ein großes Herz. Und wir haben eine Bombe. Asshole. Und da sind Ihnen eine Idee gekommen? Nee, nicht bei der Bombe, bei dem, was du gesagt hast. Aber ich werde es dir später sagen. Turbo. Oh, oh, oh. Ich will die Namen vorlesen. Ja, es wäre für das... Du möchtest mich an, dass ich nicht genug sage. Ja, es wäre für das, wenn du alles vorlesen würdest. Ja, also... sowas nicht. Das sagt dir immer wieder dasselbe. Du bist schließlich der Moderator. Mein lieber Herr, Johannes Bruss. Johannes Bruss. Ja. Was, wenn ich lieber... Oh. Was? Wir haben fünf gefangen. Wow. Weiter deines Amtes. Ah, ja. Ich verstehe, dass du zu dir Sorgen um deinen Bruder machst, Kleiner, aber du hast doch alle Zeit der Welt, also mach dir nichts ins Hemd. Was für scheiß Sprüche. Ach ja, übrigens, du bist eigentlich nie auf die Toilette. Das erleichtert manchmal ungemein. Hm. Was meint er damit? Guck, man hört das, dass ich mir im Kinn schreibe, oder? Ja. Soll sie genau hin? Ach, das wird langsam heißer. Aber ich geh noch nicht, ich geh noch nicht auf die Toilette, weil ich möchte noch leben. Musst du noch nicht kacken? Auf jeden Fall ist das... Ich finde das wär viel geiler, wenn dir dann geschrieben, hey, musst du mich manchmal auch kacken? Ja, das ist in der Up... Uncut-Version. Ja, in der Uncut-Version. So, jetzt frage ich mich gerade... In der Blume? Nee. Wo? Hä? Im Bett. Aber von der Seite. Ist ja eklig. Sehr verwirrt. Nein, die gehen ja immer von... So, wenn aber hier... Bulette! Ah! Ah! Ach, Gott, ist das witzig. Da kommen aber auch noch richtig gute. Ja, irgendwelche... Richtig gute jetzt auch nicht. Ja, aber... Für ein Spiel... Es gibt ja eigentlich nie so guten Spielhumor außer bei Portal, aber... Ja, stimmt, außer bei Portal. Und Fallout. Ja, stimmt, Asain. Das sind halt die guten Spiele. Yeah. Bam, bam, yeah. Bam, bam. Aha, aha. Gib 8, Luigi! So, jetzt haben wir hier... Sag doch mal Luigi und nicht Luigi. Ja, der kommt aus... Hessen. Ja. Okay, da hat er jetzt... Nein, das ist ein Ossi. Okay. Das ist schlimm. Der heißt auch... Der heißt auch Dreck weg. Dreck weg. Ach, 16. So. 16. Jetzt gehen wir... Erstmal hier nochmal rein. Und dann am Schluss auf die Toilette. Warum hast du das eigentlich nicht auf dem Rückweg gemacht? Ach, es gab gar keinen Rückweg, weil du... So. In so großen Räumen ist das immer nervig. Hier, wo es kommt mehr. Nein. Da. Boah. Asshole. Na. Es war der Blitz. Immer beim Blitzen, das ist zu hell. Ich frage mich, ob das bei der Aufnahme auch ist... Diele... Dielelelelele. Hallo, ich bin Bu Alala. Ich dachte, du warst das vorliegen. Oh, ich hab's... Ich hab's nicht gelesen. Arschloch. Ach, ich war noch so von dem Blitzenfass, den hier, da kann ich nicht lesen. Dieses Bild hängt dir auf, das ist wohl der Bewohner der Welt. Das ist ja unnötig, die Geister sind ja die Bewohner der Welt. Ja, man, das, man schreibt da, man tut da doch eh immer die Vorgänger. Ach, stimmt. Stimm ich. Den Onkel, der im Krieg war, bla bla, wie bei den Physikern und so, wo die jede, jede Woche ein neues Bild hinhängt. Echt? Ja. Also nicht mehr. So, dann wir wollen nur kurz sagen, dass wir gebildete, also wichtige Literatur lesen. Sie wissen schon. Das ist ja hundertprozentig in den Kisten. Hab ich auch gedacht, aber ich war einfach dumm. Das stimmt. So. Game-Boo? Das ist ja so. Also wir haben doch schon einen Game-Boy-Witz. Wo ist er denn hin? Schwach. Sehr. Schwach. Asshole für ihr. Und der ist jetzt auch noch im Flur, außer er ist durch die Wand geglitscht. Nee, der ist im Flur. Ich will immer Rollen machen, wie bei Zelda. Ah, dann würde ich nur Mario rufen. Im Flur ist das immer sehr nervig. Weil da kann er sehr schnell, so, einmal gehauen. Ich bin nie mehr ganz zu getrauen. Fehler im Leben kann man nicht beheben. Richtig, richtig. Witzigkeit im Übermaß ist des Menschen größter Schatz. Deal ist Deal, das sag ich viel. Wenn der Hahn kräht... Oh, jetzt hab ich das Mikrofon geschlagen. Das macht überhaupt nichts. Doch, es hat auch viele. Und da kannst du noch nicht rein. That's what I'm talking about. Warten, bis der wieder war. Lass es einfach ins Klo gehen. Dann ist der Winter ja, wenn du wieder draußen bist. Das Klo ist ja irgendwas. Sonst, also halt jedenfalls... Ja, und? Haben Sie das gerade gesehen? Was ist das zur Hölle? Ein wandelnder... Mein Gott! Ich habe ganz doll Angst. Mein Herz pocht bis zum Hals. So. Was soll hier sein? Ich seh es schon. Ich seh es nicht. Was sehen Sie denn? Äh, musst du nicht aufs andere Klo? Ich weiß es nicht. Das hier ist nur das Badezimmer zum Dingsen. Zum Scheißen musst du ins andere. Äh... Wir haben extra Scheißzimmer. Ehrlich gesagt... Scheiß, genau daneben. Ist das hier neben? Ach, hier war ja auch ein Schlüssel, ne? Na, nie, na, nie. Hey, das war schon vorher auch? Nein, das ist seitdem er das gesagt hat. Ach genau, vorher hat er dann gesagt, hier ist besetzt. Das hätten wir mal machen können, so. Des Spaßes halber. Ja, hab ich nicht dran gedacht. Du bist gut. So. Wach doch mal auf. Naaaaaah! Schniefel! Äh! Ich habe etwas wirklich Wichtiges ins Klo fallen lassen. Warte, meine Assis! Sag dich nicht drum! Scheiß Pisser. Oh, da gehörst du dich darum. Stich bist du ja auch der Klempner. Äh. Haha. Wenn du dir das... Was? Wenn du das in die Hand nimmst, brauche ich mir ja keine Sorgen mehr zu machen. Oh, fein! Oh, Junge! Blodo! So, wir öffnen das Klo und finden einen Schlüssel. Wahoo! Das ist aber wirklich wichtig. Klopapier, 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 Klopapier. Ja, wir brauchen auch ein bisschen Klopapier. Wir waren jetzt ja auch auf Klo. Richtig scheißen, ey. Alles voll. Das wurde nur nicht gezeigt. Das ist leer. Das ist auch nur in der Handkarte drin. Hey! Yeah! So, noch irgendwas? Wir klopfen mal kurz in der Heizung. Wir machen mal den Arzneischrank auf. Arzneischrank? Wie komme ich auf Arzneischrank? Echt Geldschrank, mein Sieb. So, jetzt gehe ich nochmal dahin zum Begur. Hier ist wahrscheinlich wieder zu Hause, oder? Ja. Das ist wieder der wandelnde... Das ist mir noch nicht geheuer. Da warte ich erstmal mit. Also, wir haben das vor, als wir das erstmal geschmiert haben, so lange versucht, bis wir ihn weg haben. Nee, irgendwie Funkradnisch. Richtig, hier ist er. Sehr schade. Wahrscheinlich hat er jetzt wieder volle Energie, oder so. Babylon, 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 Babylon. Oh, 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 oh. Hä, hier ist er doch nicht. Was für ein Bastardo. Ich werde seine Mutter verführen und Ihnen diesen Eisblock. Wenn Sie sich fragen, was war das für ein komisches Zitat, dann nachher... Wir sind ja heute dafür zuständig, Johanna. So, hier war irgendwo... War das hier? Hä? Ach, goldene Maus. Ich wusste nicht, dass man so früh hierher schon hinkommt. Doch, ich wusste das, weil ich das hier erst gerade gemacht habe. So, jetzt fragt man sich, warum kommen mir keine Geister, was ist hier los? Oh, und was ist das? Ich strahle das mal weiter. Das passiert einem aber auch wirklich hundertprozentig, weil auch als man reinkommt, hat man schon... What the frick? Das wird doch nicht geben, einen lieben Ghostbuster. Dün, dün, dün. Ja, was soll das bedeuten? Wer weiß. Ich muss höchst vers... Ach nee, das geht ja. Right, right. Doch, da muss jetzt, glaube ich, rein. Ach so, ja. Ja, Entschuldigung. Bla, bla. Dieser Raum gefällt mir sehr. Ja, ich finde ihn auch. Oh, wir können nicht hier raus. Wunderbar. Dieser dumme Affe mit meinem Notizbuch. Was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Erklären Sie das mal, Johannesbrot. Ich kann das mit meinen visuellen Eindrücken nicht mit meinem Sprachfeld kombinieren. Wieso? Ja, ich sehe hier Geister, aber ich sehe sie gar nicht. Ach, ach so, dass man den nur im Spiegel sehen kann. Ja, genau. Weil ich sehe das doch falsch rum, weil Geister haben doch gar kein Spiegelbild. Ja, aber das wäre ja langweilig. Das ist ja viel spannender. Vor allem, oh mein Gott. Es sind Greifergeister, die sind sehr nervig. Vor allem, wenn zwei auf einmal da sind. Ja, weil da muss man eigentlich immer erst einen anleuchten und dann den anderen nehmen. Damit der eine verschwindet und... Sehr, sehr gute Taktik, mein lieber Herr Johannesbrot. Ich weiß, die habe ich selbst entworfen, als ich auf Reisen war in Chinesien. Sie waren in Chinesien? Das ist ein Wort zwischen Japan und Chinesien. Äh, China. Scheiße. Na, 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 na. Ein Ort. Ein Ort, sagt mich. Ein Ort. Sie waren so laut. Weil wie bitte? Ich verstehe dich nicht. Ich schreie so laut. So. Mö, mö, mö. Das müsste der letzte sein. Alright. Meines Erachtens nach. Alrighty then. Oh. What the frick is that? Ach, hier ist schon gleich ein Buhu drin. Eine rote Münze. Was soll ich damit zum Teufel? Böke-döke-döke-dem. Luigi. Äh, irgendwas ist... Irgendwas vibriert. Äh, dein Game Boy Horror. Oh. Scheiße. Hey, Luigi. Was hast du gefunden? Das solltest du mir mal näher betrachten. Das sollten wir mal näher betrachten. Oh, ach. Das ist eine Feuerelementarmünze. Nun kannst du Feuer einsetzen. Ganz recht. Damit kannst du Feuergeister fangen. Wie? Das ist ein Feuergeist? Mö, mö, mö. Du triffst überall dort, wo du eine Flamme brennst. Ein Jo-ge. Die Geister bestehen aus Feuer. Wenn du so willst. Okay. Wenn du dich einer Flamme näherst, scheuchst du sie auf und fühlst sie flüchtend in die Luft. Ach, ich kann's mal nicht lesen. Das ist die ideale Zeitpunkte, um sie aufzusaugen. Dann kannst du durch Drückung der BLAB BISSEN. Du kannst du alles zu schön machen, aber ja kannst du alles zu tun, weil er vorhin pinderisch an. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja. Doku, doku. Maka, ma. Ja, das ist ja wichtig. Das solltest du dir vergessen. So, aber erstmal ist hier natürlich... Ja. Ja. Ist hier noch ein Doku. Ich kann voll nicht reden, halt. Ich weiß nicht, was los ist. Erstmal sehen wir jetzt hier. Weißt du, wenn ich in der Schule die Physi... Moment. Hier, den sauge ich jetzt ein und was passiert? Ich kann das hier machen. Ist das nicht schön? Wir können jetzt auch ausstoßen. Ja, dann mach das mal. Ich finde, zünde mal alles an hier. Ich möchte erst eigentlich den Doku finden, aber wenn sie unbedingt wollen, dann ist gut. Für sie mach ich doch alles. Eigentlich müsste das ja alles abkucheln, oder? Wir haben das immer so gemacht, dass wir nur einmal rausdrücken müssen und schon gehen. Jetzt hab ich die Tür, äh... Den Tür entriegelt. Die Tür fahr-entriegelt. Jetzt ist es nochmal da. Den Tür fahr-entriegelt. Ja, wo denn sonst? So, wer haben wir denn hier? Äh... Kung... Kung-Buh. Wir sind Kung-Buh. Ach so. Ah, Kung-Buh. Ah. Now I get it. Arschloch! Ist er jetzt wieder hier? Hat er gesagt? Dann ist er abgehauen. Nee, ich glaub, der ist ein Fluch. Oh, die haben gar nicht die Raumnahme immer wieder. In the hall. In the hall. War das denn? Das ist jetzt... Äh, ich fühl's da nicht. Irgendwie rau... Da, das ist die Stube der Seherin. Och. Äh, warum machst du das? Du musst öffnen. Ach, genau. Oh. Was geht ja auch so? Nur einmal so... Ach, deine Mutter. Ich schaff das mal wieder. Das ist voll strumsparend. So haben wir jetzt mal gehört. Schnup, schlup, 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 schlup. Schlup, 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 schlup. Und jetzt... Hä? Das hat doch gar nicht... Oh. Das Raum hat das nochmal... Äh, 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 gemacht? Ich glaub, dass sie erschienen ist. Oder eher. Oh, jetzt kommen wir in einen coolen Raum. Ich muss sie nochmal scannen, oder? Da hat sich überhaupt irgendwas verändert? Nein, du hast nur den Schlüssel... Für was? Also muss ich hier gar nicht... Muss ich später nochmal wiederkommen. Wir wissen nicht, wie wir sie besiegen. Komisch. Wir müssen ja auch nicht alle töten. Geister können ja auch friedlich sein.